Herzlich Willkommen bei Westbay Bundesveranstaltungen. Gold anzufassen, das war super. Ich habe ihn noch nicht ganz hoch bekommen, da müssen wir ein bisschen mehr trainieren. Es ist sehr cool, dass das alles ein bisschen interaktiv ist. Ich habe den virtuellen Rundgang gemacht, das war sehr interessant. Tatsächlich waren wir mit den Kindern da und ich fand das echt super.